hallo und willkommen zu einer weiteren folge star wars jedi survivor so jetzt sind wir hier oben angekommen bei diesem tempel war das über tanalor schauen wir uns hier einfach mal um ich glaube da ist wer drinnen so die frage ob der feindlich gesinnt ist oder ob der lasst mich doch erstmal draußen gucken hey ich wollte doch nicht durch hey ja das wird es langsamer das ist ein bisschen problem hey ah nein mit dem wird das gar nichts aber ab ist abend ran noch ein brader mit lichtschwert ergen schickt sie um irgendetwas zu suchen und wir folgen derselben pferde uppe die hackt schon wieder irgendwas so scannen trainingshof kann ich da rein nein kann ich stehen scannen nein ich glaube nicht dass ich hier runter muss muss wahrscheinlich da vorne weiter kein durchkommen bewüstete überreste sieht aber schon cool aus hier ne aber hier noch so ein gerät es ist auch kaputt er kommt zerstört ihr jetzt das ist auch kaputt Was ist das hier? Bitte, ihr kriegt richtig viel zu scannen Dieses Fenster fährt nach draußen Möchte ich den schon nach draußen? Na guck mal hier ist die andere Seite, was war das? So Nein! Da ist doch noch was Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Solltet ihr im Mikrofon jetzt gerade ein Rauschen gehört haben Hier ist gerade ein bisschen Wind durch das Zimmer geflogen Es ist heute sehr warm, deswegen habe ich das Fenster offen Ich hoffe man hört es nicht, aber falls doch Sei das hiermit bitte entschuldigt Abkürzung freigeschaltet Oh, hallo! Sehr schön Treffsicherheit! Neuer Bonus! Geil! Mit dir kann ich da rüberfliegen oder wohin? Da ist Ist da nix, oder? Ich meine auf der anderen Seite war doch auch was, oder? Wenn ich mich Ich mich recht erinnere Sind da unten durchgegangen Da hinten war was auf der anderen Seite, aber da kommen wir ja wahrscheinlich nicht hin Wo sollen wir denn jetzt hin? Was ist da? Da wird was grün angezeigt Da wird auch was grün angezeigt Da hinten rot Aber wir sollen jetzt wieder zurück zu Zur Mantis Zeige Cordoba was du gefunden hast Hmm Blöden Vögel Blöden Vögel Das hat funktioniert Aha Das ist wieder so ein Riss, ne? Wo wir irgendwas machen müssen Oh nein Das ist ja schweres Strafen Besiege alle Gegner Oha, diese blöden Vögel Was sind denn das hier eigentlich für Viecher? Was sind denn das hier eigentlich für Viecher? Oha, diese blöden Vögel Sind wir denen schon begegnet? Ah Ey Boah Boah! Boah Nee, nee, nee Das ist, das ist Ich muss schnell sein Schnell, Hilfe Ich bin đã das war einfach da waren die 150 druiden waren da deutlich schwieriger ich kann den punkte halten opala sehr cool auf jeden fall mal kurz gucken wo wir jetzt hin können hin müssen da links können wir nicht weiter ich meine das rechts und so haben wir schon gemacht das war das mit den dornen bd alles anzünden dann können wir doch theoretisch jetzt hier weg dem wir oder die wir könnten bekommen wir konnten nur von wenn nur von der meditationsbotein teleportieren wir können das nicht so meine nicht da machen wir das doch schnell fähigkeiten über fähigkeiten ein zwei punkte haben wir zur verfügung zwei lichtschwetter ist halt immer noch sehr geil also blaster ja nicht so der fan von der parierstange ist auch cool aber das ist halt echt langsam drücke in der luft einen schmetterschlag auf den boden spalten der feger weil großflächige ich würde glaube ich eher lieber das hier verbessern als dieses freigeben lasse y genau dann los wenn der gegner trifft mein noch vernichternden folge angriff zu machen aufteilen das reflektieren rücker lb unmittelbar bevor ein blaster bolzen trifft um ihn aufzuspalten beides geil tanzende klinge finde ein bisschen doof dass man das nicht vorher lesen kann das war kurz gucken was haben wir hier als leben erhöht sich auch wichtig nebelter geist wenn es der gegner wenn sie verwirrt sind reißen da mal genäht als macht maximale macht erhöht sich aber macht probleme habe ich eigentlich nicht regeneriert mehr macht wenn er ein gegner besiegt trifft der einen block in den gegner regel ebenfalls macht ich glaube ich tendiere glaube ich hierzu ja komm und punkt da rein verbessern wir die genau diese fähigkeit noch ein bisschen was so schnellreise das soll lieber so machen saloon genau oder landeplatz wir können auch landeplatz nehmen dann bin ich erkältet deswegen höre ich mich verschnupft an ich hoffe ihr verzeiht es mir aber ich kann nichts dafür ey kopfgelder verfügbar bitte kai um tipps wo ihre aktuellen kopfgelder zu finden sind bringe kopfgeld packs von erfolgreichen jagden zurück zur kai um einzigartige belohnung zu erhalten ja wir können ja gleich nochmal oder ja komm wir gucken jetzt bei kai vorbei ich weiß nicht ob das schiff gleich losfliegt wenn wir hier weg gehen schön wie hier immer alles aufploppt aufblüht und so aber wo es blüht wir müssen eigentlich nochmal auf unseren garten ne hallo tür ich kann es sagen ich bin hier zu hause ich weiß was du bist nur damit du es weißt ach was natürlich dein verhalten das schwert an deinem Gürtel ich werde natürlich nicht sorgen warum nicht mit dem kopfgeld kämpfst du von hier weg und ich hab dir schon genug erzählt dass mir ein platz in einem imperialen gefängnis sicher wäre dann muss ich wohl auf ehre unter gesetzlosen setzen ich weiß wie es ist wenn dir eine pechstränge die kegel zuschnürt und ich respektiere jeden der weiter kämpft wenn die chancen schlecht stehen du bist schwer zu dich schon Moran dann habe ich es noch in mir wie man so schön sagt ja ich möchte jetzt nicht wieder mit jedem reden meine Ware ist unschlagbar ich möchte aber mit dir reden sprich mit Kaji über die Kopfgeldjagd ich mach jetzt mal ach so ne Garten 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 Garten... Unser schöner Garten... Ohhhh sieht das cool aus Willst du ein paar Samenpflanzen? Kleines Beet. Mittleres Beet. Großes Beet. Wir haben aber keine neuen Pflanzen, oder? Wir haben keinen Platz, deswegen. Die hier können wir scheinbar noch nicht. Ne. Haben wir davon 8 Samen? Achso. Haben wir diesen Kieferfang schon stehen? Ja, hier vorne, glaube ich. Das hier vorne ist auch Kieferfang bestimmt. Was ist das hier eigentlich? Das ist eingewurzelt. Wir haben dieses Ding nicht da. Kann ich das auch mal schlagen? Ne. Okay. Hm. Nur kurz schauen. Wo ist jetzt diese Quest? Gerücht. Guitationspunkt. Machtriss, den haben wir aber abgeschlossen. Hier, da. Gerücht, oder? Äh, warte. Äh, nein. Das ist, äh. Ich will nicht raus. Hier wollte ich hin. Reise. Reise. Gerücht. Kopfgeld. Auf Holokarte zeigen. Aha. Noch das Gerücht da, ja. Würde ich sagen, geben wir mal unser Schiff und dann können wir dahin teleportieren. Schließen wir die Quest ab und teleportieren uns dann darüber. Um eine erfolgreiche Kopfgeldjagd zu unternehmen. Hallo Boot. Bleib wachsam da draußen. Ich bin doch schon wieder da. Naja, stellen wir uns mal hier dran. Bist du bereit, Kompil? Achso, der will jetzt hier weg, oder? Ja, zeig Cordoba, was du gefunden hast. Das ist aber, wo wir sind, ne. Und das hier ist Cordoba, ja. Ne, dann müssten wir theoretisch, ja, dann müssen wir jetzt direkt weiter. Warte mal, wir können da hinten nochmal zum Meditationspunkt gehen. Warum will der mich immer auf dieses Regal? Ist doch nichts Neues, ne. Dann setzen wir uns hier nochmal hin. Und machen Schnellreise. Was hier nicht geht. Toll. Geht das da unten? Müsste gehen, oder? Da unten müsste es gehen. Ja, hier geht's. Guck mal, dass es auf dem Schiff nicht geht. So, lass mich kurz gucken. Da hinten. Da hinten. Ja, dann machen wir doch direkt da hinten. Verlassener Damm. Oh nein, die Stelle. Ich hab's, ich hab's gehasst. Aber der ist hinter mir irgendwo. Wo? Der ist da im Gang drinnen, ne? Bei diesen blöden Bomben. Genau bei der. Ja. Das blöde Ding. Ja. Was? Hey! Hier ist jemand auf der Fischstuhl. Ja! Jaaaa! Scan ihn! Sehr geil! Ging ja richtig flatt hier mit unserem Kopfgeldjäger. Waren wir hier oben schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir damals schon die Fähigkeit hier hochzukommen? Wenn der Kampf beginnt, gehst du als erster anverstanden. In vorderster Reihe. Da ist dein Eintritt! Ich höre dich! Ja! Hä? Wo ist der hin? Ist dir der runtergefallen? Wahrscheinlich, oder? Durch die Bombe. Äh... Ich glaube aber, hier waren wir schon. Äh, nein! Ich hasse die Dinger! Äh, komm ich hier weg? Äh... Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich fühle mich schwach bei dich! Was war das denn? Ich habe das Schöne so eine Bombe raus, ne? Sehr gut! Äh, das Kopfgeld haben wir eingestrichen. Wo war denn jetzt dieses Ding? Das war da vorne, ne? Der Meditationspunkt. Gehen wir noch mal zusammen in die Bar und gucken uns an, was äh... Wir bekommen. Für unsere Glanzleistung. Wir müssen doch mal ausruhen. Aus... äh... ausrasten. Ausruhen. So. Außenposten. Mh... Pylon Saloon. Ja. Gucken wir uns mal an. Ah... Was K... Für uns hat. Bin gespannt. Gegenstände gefunden. Die Tür, ne? Die Tür muss repariert werden. Ja, dankeschön. Ah, hier. Willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Partner, was? Geschäftspartner, beste Freunde, nenn es wie du willst. Jedenfalls ist unsere Beziehung eine Investition. Und wir haben größere Fische zu fangen als diese unfähigen Raiders. Ich komme noch zu den Kopfgeldern. Aber wenn meine Freunde Ärger haben, hat das Vorrang. Diese Einstellung wird dich umbringen, Kerl. Aber irgendwie... Kann ich sie auch respektieren. Hä? Ich hab doch gerade ein Kopfgel gemacht. Äh... Ich musste kurz was trinken. Direkt noch eine. In dem Main-Core, okay. Gefällt dir, was du siehst? Äh... Aufgeladener Schuss. Aufgeladener Schuss. Das ist ein Blaster. Achso, ich kann damit den... Ein Upgrade für Kells aufgeladenen Schuss im Blaster-Kampfstil. Aufgeladene Schüsse treffen jetzt Gegner in der Nähe des Ziels. Okay, damit kann ich dann hacken. BD1. Um beschädigte BD1-Druiden... B1-Druiden... B1-Druiden zu hacken und zu kontrollieren. B2-Druiden. B2-Druiden. Suchtruiden, geil. Das mit dem Blaster finde ich nicht so geil. Kann ich mir hier Waffen machen? Oder einen neuen Blaster? Das finde ich wohl wiederum ziemlich geil. Aber das mit dem Hacken hier finde ich noch geiler. Und am meisten sehen wir ja tatsächlich erstmal die B1-Druiden. Deswegen... Ja. Finde ich gut. finde ich sehr geil und das bedeutet auch, wir müssen auf jeden Fall weiter an den an den Kopfgeldern arbeiten aber jetzt begeben wir uns erstmal wieder auf die Spuren der Hauptquest und schauen uns an was Meister Cordoba zu unserem Fund sagt äh aber diese Türen in diesem Spiel, ne? Dankeschön Können wir hier eigentlich hoch hüpfen? Ne, ne? Viel zu hoch So, hallo Freunde wir fliegen los Ja hier was ist das eigentlich für das für eine Quest Ja gut, das ist das Gerücht was wir ausgewählt haben, okay wir fliegen hier hin zu Meister Cordoba Genau, so hieß es äh äh Ich hab gedacht der sagt jetzt noch was dazu irgendwie so von wegen da ist äh Wir verlassen gleich den Hyperraum Setz dich ein Vergessungsmittel drinnen Da sind wir wieder auf Jenna Kommst du nicht mit mir Ich will diese Spinner nicht auf meinem Schiff haben Trotz dieser Masken kann ich es spüren wenn diese Anahmoreten nicht beobachten Aha Gut, please Wo ist das Boot? Will der nicht mehr mit uns reden? Okay Äh Ja Das sind glaube ich da lang Da ging es da Ich weiß es nicht mehr Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Hinterlasst einen Daumen nach oben Kommentiert gerne und lasst ein Abo da falls es noch nicht geschehen 80% meiner Zuschauer schauen ohne Abo Würde mich freuen wenn ihr das ändert Klickt einfach auf den Abo-Button Es ist kostenlos Ihr müsst dafür nichts bezahlen und ihr kriegt weiterhin kostenlosen Content Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschaui